6-2-King-39, verfolgt Verdächtigen in südlicher Richtung auf der Canal Street von der Meunten kommen. Nicht eingreifen. Ich wiederhole, nicht eingreifen. Hände hinter den Kopf und runter auf die Knie! Tom, was ist hier los? Claudia wurde vor drei Tagen entführt. Und du hast die einzige Spur erschossen, die wir hatten. Wissen Sie etwas über Chief Volt's Tochter? Sie sollten wissen, dass Sie gerade im Livestream sind und Millionen zusehen. Das bezweifle ich. Können Sie das ausmachen? Jemand hat Vokes Tochter entführt. Sie ist irgendwo in einer Kiste gesperrt und wird ertrinken. Das lasse ich nicht zu. Mein Spur stirbt ein Mensch und niemanden interessiert es. Dann wirst du wissen, wie es sich anfängt. Ich muss mich jetzt beeilen. Nein, wir müssen uns beeilen. Es gibt kein Wir. Du bist fast gestorben, als du dein Telefon retten wolltest. Das ist ein Smartphone. Grundregeln. Du stehst mir nicht im Weg. Und du redest nur, wenn du angesprochen wirst. Aber die Kamera läuft die ganze Zeit. Du hast meinen Bruder getötet! Ich bring dich um. Es geht nicht um Claudia. Die Sache ist sehr persönlich. Wir streamen live. Du glaubst, ich habe Angst vor ein bisschen FaceTime? Das ist eine Falle. Wo ist sie? Antworte mir! Uns läuft die Zeit davon! Hallo! Geheimnis! Untertitelung des ZDF, 2020